Hallo Leute, willkommen zu meinem Video. Heute versuche ich mit der Knarre die Sachen abzuschießen. Und euch nutze ich mit. Nehme ich mit. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Entschuldigung, dass ich so unter Druck stehe. Weil ich kann halt nicht anders, weil das Problem ist. Ach, Kacke. Ja. Okay, das ist scheiße. Okay, wir haben schon ein paar getroffen, würde ich sagen. Dann sammeln wir mal wieder die Patronen ganz schnell ein. Mein Akku vom Handy ist nämlich demnächst leer und das ist nicht gut. Es ist ja ein Video, was ich jetzt gerade mache, weil ich ja meinen anderen Kumpel ja nicht dabei habe heute. Dominik ist mein Bruder. Und weil der nicht dabei ist, kann ich auch kein anderes Video machen, außer so ein Video, wo ich... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich brauche noch zwei Stück. Wo sind die zwei anderen Patronen hingeklatscht? Und das ist blöd, weil mein Handy jetzt leicht leer ist und ich möchte jetzt nicht, dass das Video nicht geht. Und der Zeitdruck ist immer nervig. Ich habe dagegen geschossen, aber... Ah, da ist eine. Acht. Okay, leider muss ich jetzt aufhören. Tschüss. Okay, danke. Vielen Dank.